Musik Leute, heute spielen wir eine neue Rolle, ich hätte bei der Minecraft gesagt, Vollgeist zusammen mit Phil Moin Und Ben Moinsen Ok, ob ich in die erste Runde durchkomme? Ich weiß es nicht Oh shit Ich bin auch ganz gut dabei Ihr seid immer noch die zwei Pommes Nee, ich bin nicht Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich muss mal draufschneiden Echt das? Ja, ja Ich seh dich Ich seh dich, ja Ben Moinsen Ich bin drin Ich bin auch drin Es geht nicht leicht Wuhu Oh, ich bin einfach rumgefallen Oh mein Gott, das sieht gar nicht gut aus für mich Doch, für mich ist das ganz so krass Ich bin so froh, da ist drin Boah, das sieht voll schlecht Mach nen ruhigen Ich mach nen ruhigen Ganz gut, ganz gut, okay Boah, der hat fast am Ende runtergefallen Zieh Zieh Nice Elina, stark Oh, Slime Run Oh, jetzt können wir's machen Schleim Kraxler Stimmt Der Kraxler Wollen wir uns auf die, auf die, auf das Rohr stellen? Du dritt Jaaa Oh je Du dritt hintereinander Oh Gott Können wir machen, ich bin an erster Stelle Oh, ich versuche hier hochzuspringen Ja Ja, wir haben's geschafft Jo Das hab ich Zwei Mal geschafft Im Leben In meinem gesamten Leben Sag mal Elina, die Abkürzung hier, wieso müssen die nicht? Oh shit Roll Da geht's Mann, Thomas Fritte Elina Was soll das hier? Ich weiß nicht Boah, hast du das gesehen? Ich hab das voll outsmarted so ein bisschen So, ich bin hier Okay Wir sind, wir kommen, wir kommen Da steht noch ein anderer Die Taube Der hat mich runtergeboxt Hä? Okay Also ich steh drauf Ich steh mit zwei anderen drauf Ich steh auch drauf Ich steh auch drauf Ich auch, ich auch Okay, einfach so ne Reihe Okay, let's go Die warten jetzt da Die warten alle Oh! Oh hä? Nein Wir müssen weiter vielleicht Oh, er hat mich an einer runterge... Ich hab mich selbst runtergehauen Wollen wir uns verpissen? Er will mich runter... Die Taube hat mich runtergehauen Nein, die Taube, ja Der Plan hat nicht funktioniert Oh, Mann Das hat... also... War schon... oh oh War schon lost Okay, kann man jetzt lieber probieren Ey, wenn ich jetzt sterbe... Du hast nur noch einen Versuch Du hast nur noch einen Versuch Das wär eigentlich super Karma Jawohl, 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 jawohl Das sieht aus, Dinger Schaffst du's? Keine Ahnung Doch, doch Wenn ich jetzt... Jetzt hast du noch viel Zeit Okay, okay, okay Ich bin's im Ziel Ah, schon Bin halt trotzdem noch Zweiter geworden Wie kann das sein? Ja Oder Zweiter oder Dritter Oh! Mein Gott, hier ist einfach ein Pferd Vom Himmels gesehen Nein, ich bin wieder runtergesprungen Runtergeflogen Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen Hehehe Du bist so weit oben Aaaaah Aaaaah Nina, ey Der Kakadu will ich runterschmeißen, ne? Aufpassen Der Kakadu Mit Hechtsprung dann Let's go Hechten, hechten, hechten Hechten Jawohl Ja! Qualificated! Nice! Oh mein Gott Das ist die erste Runde Sie läuft perfekt Aber es hat nicht so geklappt Unsere Taktik Nein! Ich glaube Fußball Oh nein, 8-8 Fußball Ne, bitte Ne, Fußball kommt never Doch, doch Safe Kann auch bei 8-8 kommen, ja Ne Ich bin der Fallgeheißgott Ui Kommt immer Fußball Wenn so kurz vor mir Ich mach die besten Köpfer Kein Problem Hä, wir sind im Ja, läuft Ich wollt grad sagen Wir sind in einem Team Wow Egal, Fußball hab ich jetzt eigentlich immer gewonnen Das läuft schon Boah, bitte sag sowas doch nicht Ich hab Das darfst du nicht fallen Wir brauchen halt einen Torwart Oh mein Gott, der war so gut Das war übelst gut Und der blaue, der Hotdog hat einen Eigentor gemacht Oh, gleich in die Mitte Den nächsten holen Mhm Oh shit Aber wir haben keinen Haben wir einen Torwart? Ne, keine Ahnung Ich sag einfach mal nein Doch, doch Viele sind defensiv Oh, da hat aber einer Anders gut geköpft Oh, der ist drin 1-1 Das wird ne knappe Butze Ja, die sind echt gut Die sind echt gut Alter, ist der hochgeflogen Medina, schnapp ihn dir Nein Jawoll Jawoll, drüber da Alter, die haben sogar einen der unseren Torwart drin Oh, ja Oh Sehr schön Alter Oh, oh, aber wir sind jetzt hier grad riskante Nummer Ja Oh, da kommt noch ein Ball Oh, ich hab geklärt Nice Boah, wir haben so einen guten Teammaten Der war schön, der Köpfer Ja, der war nice Junge, Hotdog, halt auf mich festzuleiten Du bist verkohlt, Alter Okay, bein, bein, bein Reif, auf Manchmal muss man echt abwarten, bis der Ball wieder kommt Ja, ja, ja Oh, da hat er bein Nice Ich glaub, das war eine Fritte, hab ich da am Augenwinkel gesehen Alter, was macht ihr da hinten? Hier kann Oh, jetzt kommt aber rein Oh, hier ist was drin Oh Klär Nice, Elina, wichtig Ich mach das, ich war das nicht, aber egal Nein Es gibt zwei Fritten bei uns Es ist noch einer drin Oh nein 2-2? Haben wir nicht schon drei Tore gehabt? Ne, wir hatten nur zwei Tore Eins von, keine Ahnung, eins von mir Wollte ich mal so gesagt haben Komm, daran sollst du jetzt nicht scheitern Achterfinale, bitte Ey Ich dachte, du nimmst hin Ne, ne, ich fand die Dings nicht so geil Ich bin grad ein bisschen so im Tor mehr Ja, aber du bist ein guter Stürmer Was ist los, Ben? Ja Du kannst uns hier nicht alleine lassen Komm, noch ein Tor, sieben Sekunden Aber nicht für die, bitte Oh, man Golden Goal Nächstes Tor Entscheidend Ja, 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 ja Phil Nice Ja, nach vorne Der war gut, der war gut Nein, nicht zu nah Wir haben noch einen Ball, wir haben beide Ball Ja, man darf nicht zu weit nach vorne, sonst Scheiße, drüber Nein, das sah nicht gut aus, aber dann war's doch was Ja Oh mein Gott, oh mein Gott Elina Wir haben auf beiden Seiten Nein Was? Oh nein Ich hab Latte Oh Ich hab ihn zuerst an die Latte geköpft, wie geht das denn? Nice Ah nein So ein schnelles Finale, ganz ehrlich Elina dranhängt mit R2 Und ich bin hinten Danke Haltet die Leute einfach, weißt du Oh, das könnten wir echt Nee, aber das könnten Na, der muss so übel nah dranhängt Wollen wir? Aber das Ding ist halt Wollen wir, Phil, die Leute festhalten? Nee, noch nicht Lauft erstmal vor Wir laufen gemeinsam Vielleicht werden die erwischt Oh Gott Aber weiter hinten kann man die da nicht mehr festhalten, das ist halt Oh je Oh Gott Okay Oh nein Oh nein Jetzt bin ich hängen geblieben Aber ordentlich Ich auch Oh, ich bin aber zweiter grad, seid ihr hinter mir? Also viel weit, oder? Sehr weit Oh, ich bin... Da soll ich nicht fest sein, Elina Nee Ey, ich muss sie holen, glaub ich Ja, ja, mach Du schaffst es Ich hab sie Ja Ja Nice Das war erste Runde, erster Win Für Phil Nächste Runde ist... Und ich hab Squad Goals Achievement auf Steam bekommen Ja Oh, wir haben nen Hacker Nee, das war wahrscheinlich ein Bug, also no joke Wahrscheinlich war das ein Bug, Elina Deswegen werden die auch doppelt so schnell wie wir Ja Es ist richtig... Hacker versuchst auf PC Ist ganz, ganz spannend Und wisst ihr, was sie getweetet haben? Man soll keinen Hacker mehr in Videos zeigen Jaaaa, weil es nervt, so mäßig irgendwo pusht Ja Bro, dann behebt das Spiel doch mal Mhm Wird ja alles, was ich sagen, kommentiert mit Hm, schnappen wir das rein Ich bin mich sehr eingeengt Nee, nee, also du kannst alles reinschneiden, weil wir sind alle real Hey, wieso hältst du mich fest, Elina? Hey, ich bin das nicht Hä, natürlich das ist doch ein rotes Phil, warst du das? Was? Hä, mich hat grad einer festgehalten, ich hab nur das rote Dreieck gesehen Nein, ich hab niemanden festgehalten Natürlich, du stehst da neben mir, natürlich warst du das Ja, aber ich hab dich doch nicht festgehalten Man, jetzt sind die alle rübergekommen außer wir Was für Dreieck, ich seh nur Tastatur Oh nein! Leute, wir sind wieder zusammen Oh nice Hey, Elina, wie geht's dir? Ey, ich war das nicht, ich war das wirklich nicht Oh Ich hab mir das komplett ausgedacht, ich wurd nie festgehalten Wie Junge Okay, rüber da auf die Lilane Klapp ich das? Was, so langsam wird's jetzt echt knapp Heiß, ich bin halt voll nie rausgehalten Mein lieber Mann Woah, ich wurd so hoch geboostet von diesen drei Ehrenmännern Ich werd euch nie vergessen Oh, Elina an der ersten Reihe die Pole Position Yo, Leute Kannst du jetzt daraus nen Sieg machen? Ja Na gut, die Taube überholt mich halt innerhalb von zwei Sekunden Und... Jawohl, sie fliegt einfach... Was? Sie fliegt einfach über die ganze... Jawohl Ich weiß nicht, ob ich da reinkomm ins Ziel Ich bin safe raus Ich bin einer der letzten Ist das übelst knapp Hä? Oh mein Gott, ich schaff's nicht Ich bin ausgeschieden Nein, ich bin... Ich bin auf der Ziellinie ausgeschieden Herzlich willkommen zur neuen Fall Guys Weltmeisterschaft In der linken Ecke haben wir Awesome Stinke Linske Ich bin zwar rechts Aber gut In der rechten Ecke haben wir Ich kann links und rechts nichts unterscheiden So wie Elina die analoge... Ne, die digitale Uhr nicht lesen kann Wow, digital ist doch einfacher Ja eben Wieso? Wenn man analog nicht lesen kann, kann ich ja verstehen Aber so digital muss man doch einfach nur die Zahl vorlesen Echt? Na ja, analog muss man eigentlich auch eigentlich Oh Oh mein Gott Ich bin drin Bist du doch nicht mal am Ziel, Alter, du Flexer Oh Ja, aber also... Größer, Elina ist drüber geschaut Ich bin... Ich hab einfach ein Salto drüber gemacht Hab's gesehen Ich seh so... Ich bin im Ziel Alter Fils, ich kapier die Rampe runter, Leute Ja Das ist doch Ziel Da fail ich doch nicht Bunnyboost jetzt hier machen, Elina Wenn die Rampe runter geht Einfach... Doch nicht jetzt Wenn die Rampe runter geht Aber spring, 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 spring Ja, wow Siehst du, ich bin Erster Ich bin direkt aus dem Fall Das ist dann wie bei Mario Bros Wenn man so einen 3er Jump ausführt, dann springt er weiter Oder 2er Oh Gott, ich wurde maximal illegal geboostet, bin Erster Ein paar Sekunden später Ich war Erster, ich bin Vorletzter Ich bin raus, obwohl ich Erster war Alter, für dich hat's aber weggescheppert Ja, leider Egal, ich schaff's nicht Hier muss man mit Hechten drüber springen, dass man da gerade schafft Ja, ich riskiere bitte nicht Ich mach's nicht Ich hab's geschafft Weiter Hä? Mich hat einer in der Luft gegrappt Das passiert mir, dass ich einfach runterfalle Ich muss richtig weit Hechten nach vorne am Ende Oh, ich bin nicht weit Oh, ich bin nicht weit Oh, ich bin runtergefallen Oh, ich stehe so, ich stehe noch Ich bin nicht runtergefallen Ey, halt mich doch nicht am Spawn Alter, wurde auch geil Ich bin safe raus Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute Ui, 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 ui Oh, jetzt hab ich aber hier einen Besowski gemacht Elina ist safe weiter Ich bin safe Boah, ich hab eine Banane noch erschlagen am Ende Aber ich bin drin Dritter Nice Ey, mich erwischt jede Frucht Jede Man hat echt Pech unten Ja, wenn Wenn sowas von raus Goodbye Haut da rein, Leute Tschüss Oh, wo fliegt er? Ah, da unten rechts Oh, goodbye Oh, man Oh, ist die Pommes Fritte Hier ist sie, hier ist sie In der Mitte Ist die Fritte Im gegnerischen Team ist eine Tomate Das ist ein natürlicher Feind Mach gleich mal den ersten Oh mein Gott, der Wolf Der Wolf war perfekter Und ich auch Oh, leer Oh, shit Egal, war schon mal ein guter Zweig Oh, mein Gott What? Nein Egal, Torwart, Oliver Kahn Goalie, Alter Manuel Neuer Elina, wer willst du sein? Du bist Thomas Müller Oh, ich habe einen reingemacht Ich bin Mario Götze Ich bin Mario Götze Mario Götze Ist aber ziemlich schlecht geworden Ich weiß nicht, ob der jetzt Der hat das zwar Das ist Weltmeister Ja, okay Aber es ist auch schon ein paar Jahre Ja Ist das einzige woran ich mich erinnere Nice Ist das stabil Mein Fußball müssen ist leider nicht stabil Ui FC kommt Achso, wir müssen ja auf das Blaue Tod Ich habe mich von dir schon gewundert, warum du immer zu gelb köpfst, der hat mir das aus Versehen. Oh man, jawoll, jawoll. Ich will dich jetzt wirklich nicht haten, aber du hast ja auch wirklich. Mann, das ist meine Telekinese, die den Ball da einfach immer rein macht. Die hat ja 6 Tore, du hast nicht bei einem Goal. Äh doch, das ist mein Goal. Ich glaube ich habe 3 geholfen oder 2 gemacht, keine Ahnung. Jetzt hat es einen Ballkontakt. Siehste? Zufrieden? Stark, stabil. Alter, 7-0-Packung, ey. Uiuiui, das wird Deutschland, Brasilien. Da komme ich mir ja vor wie bei meinem Dorfverein, wo ich aufgewachsen bin. Die haben es nämlich geschafft, in der Dorfliga, die heißt wirklich so, das ist die letzte Liga, die es gibt, die ganz 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 unten sind die Letzter geworden. Nice. Das ist damit wirklich die offiziell schlechteste Mannschaft der Welt. Jetzt sammeln die aber auch mal. Guck hier! Von Orson. Das war stabil, Regina. Orson Müller. Wie will das irgendwie nicht so cool? Wie könntest du... Awesome. Du bist Messi. Awesome Messi. Ein Awesome Messi, jawohl. Alter, wie viel kommt der noch? 10-0-7. Ich mach das 11. Ich mach das 11. Ich hab noch nie so hoch gewonnen, glaube ich. Was war das denn? 11. Ja, das war stabil, Lina. 11. Oder war ne... Mein ist Sis. Hä, der war von mir. Hä, die hat... Die andere hat die reingemacht, die hier. Hab ich genau gesehen. Viel schaffst du noch mal. Ja, oder du. Ich halt die anderen für dich fest. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Du musstest hier auch packen jetzt. Ich belieb' nicht, Leute. Ich belieb' einfach nicht. Doch, das ist gar nicht so schwer. Soll ich jetzt rechts lang laufen? Ich bin... Nee, links. Es ist immer random. Ja. Du hast es ja schon mal geschafft. Du schaffst das mal nicht. Lass mich hier durch, Leute. Ich bin Arzt. Doktor Bommes. Was war das? Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Oh nein. Alles gut, alles gut. Gut. Bist auf gutem Weg. Ja, okay. Nicht so gut, aber egal. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, gute Idee. Bist auf gutem Weg. Ja. Ja. Digga. Nein. Nein. Wenn das Ding dich nicht doppelt erwischt hätte, hättest du eine Chance gehabt. Ich weiß. Du warst richtig. Ich hab extra nichts gesagt, weil ich dich nicht nervös machen wollte. Leute, die Bilanz ist ganz gut. Einmal Win. Zwar nicht von mir, aber wenigstens Win. Pekka. Und dann ein Fast-Win. Also... Stabil, Leute. Falls ihr euch hier die Folge gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich um so mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag morgen Abend. Haut doch rein, Leute. Ciao. Ciao. Ciao